Mein Name ist Markus Bleinfeldner. Das Angebot Kinderfunk-Kolleg-Trialog.de vereint die drei Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam. Ein interessantes Projekt und für alle Kinder dort draußen das einzige Projekt, das zum Grimme Online Award für Kinder, könnte man sagen, nominiert ist. Also klickt das an und votet auch dafür. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Schaut rein, dort bekommt ihr viele Anregungen zum Umgang und zur Toleranz mit anderen Religionen und Kulturen. Ihr bekommt vom Rezept, wie kann ich ein interessantes Brot backen, bis zu einem Rundgang in einer Moschee oder Synagoge. Ihr bekommt alles geboten. Schaut rein, Kinderfunk-Kolleg-Trialog.de. Danke.